Willkommen bei der Allianzvertretung Björn Omis. Meine 30 Jahre Berufserfahrung würde ich gerne dafür nutzen, um mit Ihnen gemeinsam Lötungen für Ihre Probleme zu finden. Egal ob Sie als Privatpension, als Selbstständiger oder als Firmeninhaber zu mir kommen, gerne nehme ich mich Ihrer Situation an und gemeinsam mit Ihnen suche ich nach Lötungen für Ihre Probleme. Wenn Sie Interesse haben, mich näher kennenzulernen, so finden Sie mich in Bremaven in der Schlöferstraße 15, wo ich mit fünf Kollegen eine größere Bürogemeinschaft unterhalte. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Vielen Dank.